Leukämie muss halber werden, immer und bei jedem. Vielleicht ist es nicht so außergewöhnlich, dass ein katalanischer Tenor drei italienische Tenöre ansagt. Aber uns verbindet eine besondere Geschichte. Evans Thornon, einer von diesen drei Tenören, hat miterlebt, wie seine Mutter jahrelang gegen den Blutkrebs ankämpfen musste. Glücklicherweise ist sie heute vollständig geheilt und Evans widmet seinen Auftritt heute Abend speziell denen, die das möglich gemacht haben. Hier sind sie mit dem wunderschönen Song. Hier ist es für Sie. 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 Die italienischen Tenörer. Hier ist es für Sie, Nicola Embart. Rest forever here in our heart. The last and final moment is yours. And agony is your triumph. Ein whoer Nikola Embart. Jeelle ist für Sie. Jeder ist eine schweil. Das ist für Sie. Drei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020